Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun, er ist weg Lässt er sie dafür bezahlen Wollen Sie damit sagen, dieser mexikanische Tagelöhner ist vom FBI? Er ist gut Ein echter Gentleman Er ist böse Und jetzt soll ich dir helfen, all diese Männer zu töten? Ja, Padre Mal sehen, was ich tun kann Und jetzt wird es richtig hässlich Jetzt komm schon zu mir Ich kenn die Legende Vielleicht ist die Legende besser Das werd ich gleich wissen Wo warst du? Du hättest eine SMS schicken können Machete schickt keine SMS Und Robert De Niro Diese Kakerlager hat Kalaschnikows und zerstört alles, was hier in die Quere kommt Machete hat mir eine SMS geschickt Der ist hinter uns hier Ich dachte, Machete schickt keine SMS Machete improvisiert Machete Wo willst du hin? Den Dreck wegräumen Der Dreck wegräumen Der Dreck wegräumen Der Dreck wegräumen Vielen Dank.